Die Fälle, dass ein Panzer für andere Zwecke benötigt wurde, als für die er entwickelt wurde, sind nicht selten im Weltpanzerbau. Auch im Deutschen ist es eher die Regel als Ausnahme. Die mittleren Panzer waren da besonders auffällig. Der für Kleinserie als Unterstützungspanzer gedachte Begleitwagen, Panzerkampfwagen IV, wurde zum Anfang des Zweiten Weltkrieges viel häufiger gebaut, als der als Hauptpanzer gedachte Zugführerwagen, Panzerkampfwagen III. Erst im Mai, Juni 1940, hat sich die Situation mit der Zahl der Panzer normalisiert, jedoch bereits gegen Mitte des Krieges war der Panzer IV schon wieder der zahlreichste Panzer in der Wehrmacht. Die Weiterentwicklung des Panzerkampfwagen IV wurde basierend auf den Gefechtserfahrungen weitergeführt. In Polen wurden viele Maschinen durch 37 mm Panzerabwehrkanonen abgeschossen, für die eine 30 mm Panzerung kein Problem darstellte. Bald darauf wurde beschlossen, die Dicke der Wanne und des Aufbaus auf 50 mm zu steigern. Doch die Trägheit der Produktion führte dazu, dass erst im Sommer 1940 die Panzerung tatsächlich dicker gemacht wurde. An der Wanne wurde frontale Panzerplatte dicker gemacht, aber der Wannenaufbau musste mittels Schottplatten verstärkt werden, wegen der komplexen Form mit dem sogenannten Fahrerirker. Dieser Fahrerirker wurde in den Ausführungen B und C entfernt, wobei der Funkerplatz nach vorn verschoben und das Funker-MG dabei entfernt wurde. Dass es nicht gut war, sah man sehr schnell und brachte bei den Ausführungen D und E das Funker-MG wieder auf seinen Platz, aber diesmal wieder mit dem Fahrerirker. Eventuell wollte man hier die Entwicklungskosten für eine neue Panzerplatte einsparen. Die Logik sprach aber für eine gerade Aufbauplatte mit einem Funker-MG. Ein weiteres Problem war die Turmfront, die bei der 30 mm Frontpanzerung geblieben ist. Eine vollwertige Schutzverbesserung wurde für die 7. Serie der Begleitwagen geplant. Die anfängliche Bestellung dieser Serie wurde von 128 Stück im November 1939 auf 500 Stück erweitert. Dies geschah nicht nur aufgrund des Kriegsbeginns, sondern auch, da der Panzer IV sich als der beste deutsche Panzer im Polenfeldzug 1939 gezeigt hat. Doch im Waffenamt dachte man immer noch, dass der Panzer III die Hauptrolle ausführen sollte, während der Vierer ihn unterstützt. Problematisch war nur die Fertigung des Panzerkampfwagen III, die nur schwer angelaufen ist. Daher wurde immer offensichtlicher, dass der Begleitwagen, auch Panzerkampfwagen IV genannt, weitaus weniger Probleme mit sich bringt und in Bezug auf die technischen Daten dem Panzerkampfwagen III in nichts nachsteht. Es musste nur noch der Schutz auf die neuen Forderungen angepasst werden. Die Daten für die 7. Serie des Begleitwagen, Panzerkampfwagen IV, Ausführung F genannt, wurden im Sommer 1940 festgelegt. Die Front der Wanne und des Turmes wurden auf 50 mm festgelegt. Die Seiten wurden auf 30 mm verdiegt. Das sollte frontal gegen die 37 mm Panzerabwehrkanonen genügen. Seitlich wäre Schutz gegen kleinkalibrige automatische Kanonen geboten. Das zog einen Massezuwachs nach sich, daher musste auch das Fahrwerk verstärkt werden. Statt der alten 380 mm breiten Ketten wurden neue 400 mm Breite verwendet. Die gleichen wurden auch dem Panzer III verpasst. Ebenfalls verändert wurde die Spannrolle. Die Gummibandagen der Fahrrollen wurden verstärkt. Wegen der breiteren Ketten musste auch die Antriebsrolle angepasst werden. Die seitlichen Getriebewartungslücken bekamen Kühlöffnungen. Auspuffrohre des Haupt- und des Hilfsmotors wurden kürzer, bekamen andere Enttöpfe. Der Wannenaufbau bekam eine begradigte Frontplatte und der Funker einen MG mit der Kugelblende 50. Der Fahrer eine neue Seegklappe 50 und Periscope Sichtgerät KFF2. Die Zahl 50 steht natürlich für die Panzerungsdicke. Motorabdeckung bekam Lüftungslöcher und am Heck wurde standardmäßig eine Nebelanlage verbaut. Der Turmfront und der Kanoneneinbau hat sich dank der dickeren Panzerung etwas geändert. Die seitlichen Ausstiegslücken bekamen zwei Klappen statt einer. Darüber wurden Wasserabweiser angebracht. Am Turmheg wurden ab Frühjahr 1941 sogenannte Rommelkisten angebaut. Namensgeber war General Rommel mit dem Spitznamen Wüstenfuchs, da diese Rommelkisten zuerst an die Panzer angebracht wurden, die für das unter seinem Kommando stehende Afrikakor bestimmt waren. Die Vorbereitung zur Serienfertigung der Ausführung F begann im Juni 1940. Die Maschinen bewährten sich im Frankreichfeldzug und die Bestellzahlen stiegen. Die Kapazitäten von Grusonwerk, wo diese Panzer gebaut wurden, waren begrenzt. Es wurde entschieden 100 Panzer IV in der Vogtländischen Maschinenfabrik AG in Plauen zu bauen. Dieses Werk hatte bisher nur LKWs und Busse gebaut. Weitere 100 Begleitwagen der 17 Serie wurden in Österreich bestellt im Nibelungenwerk aus St. Valentin. Dieses gehört zum Schneier und wurde nach dem Anschluss Österreichs gebaut. Die ersten Panzerkampfwagen IV Ausführung F vom Grusonwerk konnten erst im Mai 1941 geliefert werden. Die Produktionsgeschwindigkeit stieg von den anfänglichen 13 Stück im Monat bis auf 45 Panzer ab Dezember 1941. Womag konnte erst im August die ersten Begleitwagen liefern. Jeden Monat waren es 12 bis 14 Maschinen. Nibelungenwerk hatte den ersten Panzer IV Ausführung F erst im November 1941 fertiggestellt. Bis Ende Februar 1942 sahen die Herstellmengen folgendermaßen aus. 393 Begleitwagen der 7 Serie kamen vom Grusonwerk, 64 von Womag und 16 vom Nibelungenwerk. Zu der Zeit wurden wesentlich mehr Panzerkampfwagen III gebaut, die aber von 5 Fabriken gleichzeitig gebaut wurden, die bereits Panzerproduktionserfahrung hatten. Zu Beginn der Operation Barbarossa gab es daher nur wenige Maschinen der Ausführung F. Erst im Herbst wurden größere Zahlen an der Ostfront eingesetzt. Besser 50 mm verstärkte Panzerung brachte Vorteile gegenüber den Ausführungen D bis E, wenn es gegen die 45 mm Panzerabwehrkanonen zu einem Gefecht kam. Doch in der UdSSR gab es schon in größeren Mengen die 76 mm Kanonen, vor denen die 50 mm Panzerung kaum half. Auch traf die Wehrmacht im Herbst immer häufiger auf die sowjetischen Panzer T-34 und KW-1, gegen die das 7,5 cm L-24 geschütztes Panzerkampfwagen IV wenig effektiv war. Ende 1941, offiziell sogar erst Februar 1942, setzten deutsche Truppen immer häufiger die Hohlladungsgranaten 7,5 cm Granatpatrone 38 KWK ein. Sie hatten zwar gute Durchschlagswerte, doch hatten auch viele Nachteile. Bereits während der Herstellungszeit der Ausführung F wurde eine Anhängerkupplung für einen Treibstofftankanhänger angebracht, die aber kaum genutzt und daher bereits im Herbst 1941 wieder gestrichen wurde. Die Nebelanlage, die anfangs verbaut wurde, kam weg im Februar 1942. Das aus den Erfahrungen des Afrika Korps entstandene Programm zur Schutzsteigerung, Vorpanzer genannt, wurde zum ersten Mal im Juli 1941 erwähnt. Es sollte zusätzlichen Schutz gegen die britische Panzerabwehrartillerie bieten. Dazu wurden Zusatzpanzerplatten entwickelt, die die Turmfront-, Wannenaufbau und teilweise die Seiten schützten. Über den Kampfeinsatz der mit solchem Zusatzschutz ausgestatteten Panzer ist nichts bekannt. Das Problem des zu geringen Durchschlags rückte in den Vordergrund im Gange des Frankreichfeldzugs. Es gab bereits Mitte der 1930er Jahre Stimmen im deutschen Heer, die nach einer längeren 7,5 cm Kanone für einen Panzer verlangten. Doch im Endeffekt wurde die kurze L24 verbaut. Das mussten wieder die Panzersoldaten auslöffeln. Erst auf persönlichen Befehl Hitlers wurde eine langläufige Kampfwagenkanone entwickelt. Eine 5 cm KWK 38 L42. Eigentlich sollte die Kanone 60 Kaliber lang sein, doch irgendjemand hielt es für wichtig, dass der Lauf nicht die Wanne überragen darf. Später wurde erkannt, dass die Leistung doch dem Fahrkomfort hier vorzustellen ist und eine vollwertige L60 Version in einem Turm des Panzerkampfwagen IV Ausführung D erprobt. Parallel entwickelt wurde eine 75 mm Kanone in zwei Varianten. Die erste war 40 Kaliber lang und hatte eine Mündungsgeschwindigkeit von 670 m pro Sekunde gegenüber von 398 m pro Sekunde der L24 Basisversion. Der Durchschlag stieg von 39 ab 70 mm aus 400 m Entfernung auf eine um 30 Grad geneigte Platte. Die zweite Variante war nur 33 Kaliber lang, hatte eine Mündungsgeschwindigkeit von 580 m pro Sekunde und einen Durchschlag von 59 mm bei gleichen Bedienungen. Die Entscheidung fiel auf eine Zwischenvariante mit einem 34,5 Kaliber langem Rohr. Sie wurde auf einem Panzer IV Ausführung F erprobt, aber ging nicht in Serie. Das Waffenamt entschied sich für eine neue Variante der Bewaffnung, die auf der 7,5 cm Pack 40 basierte. Die Kanone wurde von 46 auf 43 Kaliber gekürzt. Die Länge der Granatpatrone wurde von 969 auf 748 mm gekürzt, um dem Ladeschützen das Leben nicht allzu schwer zu machen und den möglichen mitführbaren Munitionsvorrat nicht zu sehr einzuschränken. Die Mündungsgeschwindigkeit fiel um 30 m pro Sekunde kleiner aus als bei der Pack 40, doch die Leistung blieb trotzdem erfreulich hoch. Der Mündung wurde eine birnenförmige 1-Kammer-Mündungsbremse verpasst, die ein paar Monate später gegen eine zweikammerige nach Pack 40 Vorbild getauscht wurde. Der Panzer mit der neuen Kanone wurde erst Panzerkampfwagen IV Ausführung F Umbau genannt und später in Ausführung F2 umbenannt. Die Version mit der Kurzkanone wurde in Ausführung F1 umbenannt. Die Produktionsteilen der Langrohr-Maschinen schwankten zwischen 72 und 85 Stück je Monat von April bis Juni 1942. Wegen dem längeren Lauf hatten die Maschinen eine andere Abdeckung zum Schutz der Antenne. Später wurden manche F1-Maschinen auf das lange Rohr umgebaut. Der Munitionsvorrat ist gewachsen, wegen anderer Anordnung im Inneren. Eine neue Bestellung für die 8er Serie, der Begleitwagen, brachte eine neue Bezeichnung, Panzerkampfwagen IV Ausführung G mit sich. Das wurde am 1. Juli 1942 beschlossen und gleichzeitig wurde auch die Ausführung F2 in die Ausführung G umbenannt, was viel durcheinander verursacht. Weiteres Durcheinander wird dadurch verursacht, dass die Einkamer-Mündungsbremse bis September 1942 produziert und montiert wurde. Doch bereits im März wurde schon eine Kanone erprobt, die auf 48 Kaliber verlängertes Rohr hatte. Dadurch hatte die 7,5 cm KWK 40 L48 genannte Kanone die gleiche Mündungsgeschwindigkeit wie die PAK 40, nämlich die 820 m pro Sekunde. Dadurch kam es noch mehr durcheinander bei den Versionen, da beide Kanonen, die L43 und die L48, zeitweise parallel verbaut wurden. Manche L48 langen Kanonen hatten sogar die Einkamer-Mündungsbremse bekommen. Der Konkurrenzkampf zwischen Panzer III und Panzer IV ging also in eine neue Runde zu Ungunsten des Dreier. Um aufzuholen, wollte man dem Panzer III ebenfalls die 7,5 cm L43 verpassen, aber samt dem Turm von Panzer IV. Diese Variante wäre Panzerkampfwagen III Ausführung K genannt worden, doch dazu musste sein Fahrwerk verstärkt werden, was nicht so einfach ging. Obwohl seine Produktionszahlen in 1942 die höchsten waren, wurde es zum Anfang von seinem Ende. Anfang 1943 stellte man langsam seine Produktion auf den Panzerkampfwagen Panther Ausführung D um. Nur dass dieser jetzt doppelt so schwer war wie der Vorgänger und daher die Rolle des Panzer III jetzt zum Panzer IV übergegangen ist. Da die Fabriken Womag und Nibelungenwerke langsam ihre volle Leistung entfalten konnten, stiegen die Produktionszahlen immer weiter an. Bereits 1942 konnten 870 Panzerkampfwagen Ausführung G gebaut werden. Das waren doppelt so viele wie bisher überhaupt von allen Varianten gebaut wurden. Doch das war erst der Anfang. Bereits ab März 1943 stiegen die Produktionszahlen auf über 200 Maschinen pro Monat. Bei der Ausführung G wurde langsam auf die Gucköffnungen an der Turmfront und Seiten verzichtet, um den Schutz zu verbessern. Für weitere Schutzverbesserung wurden zusätzliche 30 mm Panzerplatten an die Front der Wanne und des Wannenaufbau angeschweißt. Dadurch stieg die Masse auf 23,6 Tonnen. Diese Verstärkung des Schutzes verlief sehr schleppend und überstieg im Jahr 1942 nie 16 Panzer im Monat. Erst ab 1943 wurde serienmäßig jede Maschine mit der verstärkten Panzerung ausgeliefert. Dabei wurde am Aufbau mancher Maschinen die Zusatzplatte angeschraubt. Diese Maßnahme brachte den entscheidenden Vorteil dem Panzer IV gegenüber dem sowjetischen T-34. Die neue lange Kanone konnte den Sowjet aus einer Entfernung von einem Kilometer durchschlagen. Die verstärkten Frontplatten machten ihn für den T-34 nur aus nächster Nähe verwundbar. Jedoch gab es immer noch Schwachstellen, die man treffen konnte, wie zum Beispiel die Fahrerseeklappe oder die MG Blende. Der Turm war weiterhin nur 50 mm dick frontal. Dazu kam, dass die Zusatzplatten qualitativ nicht so gut schützten wie eine dicke Hauptpanzerplatte. Der Turm konnte aber nicht verstärkt werden, da das Fahrwerk wohl langsam an die Grenzen der Tragfähigkeit kam. Um die Modifikationen im Feld auf ein Minimum zu reduzieren, brachte man einen Rahmen für das Mitführen von zwei zusätzlichen Fahrerrollen an der linken Seite an. An der Wannenfront wurde eine Befestigung für sieben zusätzliche Kettenglieder vorgesehen. Im August 1942 wurde der mitgeführte Werkzeugsatz geändert. Im September wurden die Scheinwerfer von Nottec gegen solche von Bosch getauscht, die wasserdicht waren und mit Tarnkappen versehen waren. Die Anpassungen für den Wintereinsatz wurden zwar bereits im Sommer 1940 erwähnt, doch die Arbeiten daran begannen erst im Frühling 1942. Es wurde ein Schneepflug, eine Winterstartvorrichtung und die speziellen Winterketten entwickelt. Die letzteren hatten spezielle Verbreitungen, die aber nicht so wirklich glücklich realisiert wurden, da sie sich oft verbogen haben. Trotzdem wurden sie ab November 1942 eingesetzt. Im Jahr 1943 wurde der Panzerkampfwagen 4 Ausführung G weiter modifiziert. Die Kommandantenkuppel bekam ab Februar eine einteilige Klappe statt zweiteilige. Am Turm wurden Rauchwerfer befestigt und ab Mai wurden sie wieder gestrichen, wie auch das Fahrersichtgerät KFF2. Ab April bekamen die Maschinen seitliche Schottplatten, die das Aussehen stark veränderten. Diese wurden speziell gegen die sowjetischen Panzerbüchsen PTRD und PTRS entwickelt, gegen die deutsche Panzer seitlich verwundbar waren. Am Turm wurde eine 10 mm dicke, hufeisenförmige Platte angebracht, die seitliche Türchen hatte. An der Wanne wurde ein Gerüst angebracht, an das 5 mm dicke Segmente eingehängt wurden. Je Seite wurden 5 Segmente eingehängt, daher waren sie handlich und mit den Kräften der Mannschaft leicht zu handeln. Beim Probebeschuss hat sie gezeigt, dass aus einer Distanz von 100 m die Panzerbüchsen zwar die Schottplatte durchschlägt, aber nicht mehr die Hauptpanzerung. Die Schottplatten wurden auch zum Nachrüsten für ältere Panzer IV produziert. Sie verbesserten den seitlichen Schutz deutlich, doch wogen sie 600 kg. Nach allen Veränderungen stieg die Masse des Panzers auf 25 Tonnen und die Höchstgeschwindigkeit reduzierte sich auf 38 kmh. Oft blieben die Schottplatten an verschiedenen Hindernissen hängen, da sie über die Konstruktionen der Maschinen hinausragten. Manche brachten diese Platten daher nur am Turm an. Im Mai 1943 wurde die Position der Antenne von der rechten Seite auf das hintere linke Eck verschoben, was eine klobige Einklappvorrichtung und die Abhaltekonstruktion an der Kanone überflüssig machte. Zusätzlich bekamen die Ausführungen G neue Luftfilter. Danach wurde es langsam Zeit für die neunte Serie der Begleitwagen, die Panzerkampfwagen IV Ausführung H genannt wurden. Insgesamt wurden 1930 Panzer der Ausführung G gebaut. Der Panzer IV Ausführung G und seine weiteren Modifikationen gehen etwas unter zwischen dem Tiger und dem Panther. Doch zum Frühling 1943 wurde er das Arbeitspferd der deutschen Panzerstreitkräfte und blieb es auch bis zum Kriegsende. Die lange 7,5 cm Kanone konnte ohne Probleme T-34 und KW-Panzer auf langen Distanzen bekämpfen. Auf der UdSSR Seite ging ab August 1942 der KW I S-Panzer in Serie, der zugunsten der Mobilität den Panzerschutz eingebüßt hat. Statt 75 mm hatte er nur noch 60 mm dicke Panzerung. Seine Front konnte die KW K40 bereits aus 900 m durchschlagen. Die Panzerkampfwagen IV Ausführung G waren zusammen mit dem Panzerkampfwagen III Ausführung J bis M die am meisten am Kursker Bogen vertretenen deutschen Panzer. Die modernisierten Vierer waren gefährliche Gegner und übertrafen sowjetische Panzer in der Bewaffnung und teilweise im Schutz. Es wundert also nicht, dass deren Herstellung ständig erweitert wurde. Die nächsten zwei Varianten wurden noch zahlreicher gebaut und die Ausführung J wurde zum zahlreichsten deutschen Panzer der Geschichte im Rahmen einer Variante. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der vierte Teil der Entwicklungsgeschichte von Panzerkampfwagen IV, auch bekannt als Begleitwagen. Und für den nächsten Teil möchte ich von euch 600 Daumen hoch oder auch Likes genannt unter diesem Video haben. Also gebt euch bitte die Mühe. Ich habe dabei dann Zeit, um andere Videos zu produzieren und schauen, ob wir die 600 Likes schaffen. Na dann, vielen Dank fürs Gucken. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.